Einwegtüten waren gestern. Mit Stofftaschen könnt ihr euren Alltag gestalten und gleichzeitig die Umwelt schonen. Alle finden die passende Tasche. Die Einkaufstasche für Shopping Queens, die Strandtasche für Sommerfans und die Turnbeutel für die Sportlichen unter uns. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Die Taschen aus Polyester sind pflegeleicht und robust. Die langen Tragegriffe der Eingangs- und Strandtasche ermöglichen ein bequemes Tragen auf den Schultern. Der Turnbeutel ist besonders leicht und mit Hilfe des Kordelzugs kann die Trägelänge des Turnbeutels jederzeit angepasst werden. eFolore bietet vier verschiedene Taschen an. Den Turnbeutel gibt es in zwei praktischen Grössen, für klein und gross. Alle Taschen sind beidseitig bedruckbar und bieten viel Platz für eure Sachen. Egal ob mit einem witzigen Foto des Haustieres oder schönen Ferienerinnerungen, jede Tasche ist ein Unikat. Gestaltet eure Lieblingstasche und bringt so mehr Farbe in euren Alltag. Egal ob im nächsten Sporttraining, unterwegs oder beim Einkaufen. Bis zum nächsten Mal.